Teil einer Einstellungssache. Man muss sich das schon vorher überlegt haben, wie man mit Einwänden umgehen will. Denn Menschen, die einen Plan und ein Ziel haben, setzen sich durch. Und Menschen, die keinen Plan und kein Ziel haben, werden von anderen gesteuert. Also das Ganze nur vorweggestellt. Irgendwer drückt jetzt bitte auf Sternchen 6, damit die Hintergrundgeräusche verschwinden. Und dann geht es weiter.